hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal denis anbock zum meister mit stricks mit dieser mini sammeldose habe ich heute gekauft gesehen kostet 990 also muss ich aber eigentlich nur eine mieterin kauf um alle neuen nationalspieler zu erhalten ja wir fangen an mit den exklusiven nationalspieler für obster eine piste der packung und auch irgendwann bald mal kommen hoffentlich wenn er dann kommt aber ich bei ebay schon bestellt ebay ja 1 limited edition dann mitzl jedwai also mitzl belgien kroatien korea west mekanie usa ungarn europa holland soll das glaube ich sein oder so jans oder so lusenburg kann ich ja noch schlager österreich kolumbia korea und slobekai 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 slobenien oder was auch immer du da dann kommen wir zu dem normalen ssdkartentrickchen mit den normalen karten drinnen die spezialkarten lege ich mal ab die löse ich selber da ein müller leimer 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 weiser roveleo holtmann schmiedebach schei prenet stöger müller manager klos alvarez fernandez korea schiedsrichter menel pizarro bebu gisselmann kalu salai otzipka zucchi palacios stille arnold pava da spieler ro r den brauche ich auch noch wunderbar matchmitar sind echt selten dieses jahr Also Leute, die Kripa 100 mit einem Display voll hat man die eigentlich voll mit einem 10er Display. Mit einem 5er Display habe ich die auch voll bekommen. Also ich habe sie mit 5er Display voll bekommen. Ja, Matchwinner. Also die Tin hätte mit ein paar, mit einem bis zwei Matchwinner bestimmt sein können. Dann wäre es so richtig geil gewesen. Dann hätte ich gesagt, jo, kaufe ich mir 5-Minute-Tins. Ja, so lohnt es sich eigentlich nur wegen den neuen exklusiven Karten. Und der Limited Edition von Dominik 1. Ja, das war es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade, vielleicht am selben Tag noch heute. Digital Pack, ja, ist meins. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Ja, auf jeden Fall. Tschüss und auf Wiedersehen.